ja willkommen mein name ist danirolp und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of xilla wir müssen wieder tief in die fernalmine eindringen und eine opfergabe abgeben weil nebenquests und so und zack schaffströmung das ist nichts was ich hier gemacht habe so die gegner sind so war hat es dann los ok ich bin jetzt aber sie mal steuern ich bin ein kleines mädchen ok nein von da kamen verdammt ich will mal diese steuern auch schade ich dachte jeder hat hier seine eigene animation und ich spüre noch die schmerzen von dem lolito erz solita erz hat das alles wieder neu gespawnt ich habe immer noch den muskelkrater dabei habe ich erst vor dann war die letzte aufnahme dieser minen vor drei tagen ungefähr wir tun dann immer noch sind zurückkehrende schmerzen ich bin so nahe ran können vorhanden die roh auch wie hier mein bestes jetzt hat gaben batterie oder kann bei nein soll mache ich jetzt aber nicht bei jedem dingen dass ich finde ich bin immer neuen erwerb leute und jetzt wieder typo kopf sagt 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 irgendjemand konzert einsetzen oder sagt irgendwann ja unter kampf einstellung gucken ich weiß nicht man nicht verbunden hat dass wir schon irgendein zauber hier naja muss jetzt nicht ob ich irgendwo ein zauber belegt hatte ich wollte einen anderen heiler ach ja sie konnte die kopter oder sie konnte mit die progaben das ist egal vor bezieht zu kämpfen ist natürlich etwas schwer dann nehme ich mit kreis mann weg und es da hat man drei level ups erstmal riese natürlich jetzt aber so viele arzt belegen können will ich versuchen auch einige also fünf prozent hallo warum habe ich das noch nicht auch so wegen den werten ja ich würde mal gerne ein paar neue techniken lernen intelligenz von 15 versions angriff ich weiß nicht was das ist ich weiß es doch nicht man kann keine tippe beim kombo von bauch lisa ja auch so dann gehen wir hier unten mal nehme ich an hier bei intelligenz und bei tp oben und bei kp bei kp er hat er noch gut und braun oder bei mir hatte ich ganz am anfang irgendwo eine technik übersehen das hat mich irgendwie aufgeregt so dass hier muss ich haben dass wir nehmen hier nehmen hier verdammt hat reicht nicht kp oder fp kp sondern wo es hat hier wo die dinger hier alle auszufüllen hat ist ein bisschen wird jetzt irgendwie schwieriger habe ich gemerkt weil ich sollte ich doch hier so erfahrungsdinger einballern anstatt galt nach wenn ich überhaupt richtig ja ich muss bestimmt wieder zum boss raum gehen wie ich mich kenne also daheim habe ich jedenfalls weil wenn ich hier die ganze mine norm abgas muss wäre ein bisschen blöde hi verdammt wieso hast du dich umgedreht nein nein ich vergesse sag und sagt und sagt ich dachte eigentlich wenn ich den charakter dazwischen wechsel würde aber eigentlich mehr ab was da muss ich mir eine aufnahme normaler hat aber gerade nicht so gut wie es will gesagt also es will wie ein testes f da habe ich mich bestimmt verhört aber wenn das stimmt ich muss da gleich eine aufnahme marken schön ich muss mal er das maschine diese wieso auch ihren auftritt haben also hier ja ja da war ich kurz verwirrt da war ich ja zum ersten mal im leben dumm die bestimmt manchmal häufig ab sagt 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 und sagt sagt er denkt man bloß dass ich mit elise nicht kommen kann sag ich mir die diese fällig nah kann ja schön wesen selvin mit zu elise dort nehmen wir zu feines tag kommt so dreimal kommt schon auch wenn ich mich trauen kann wesen sie seine zu elise hat ihn die einzigen pluspunkte herr die er bei mir sammelt so arbeiter muss dort hier rein weil er jetzt ja gleich weg zum wormen auskommt also das erscheint mein guter platz für ihn bein zu sein und schon müssen wir wieder raus jetzt habe ich den ganzen weg wieder aus weil wir dann ganz sympathisch in dieser mine herum braucht aber warum denn nicht im 4373 galt schon wieder bekommen gold staub ja erst mal raus hier will nicht mehr ja das war doch jetzt nicht nötig ja warum wird nicht sagt und wenn ich so klasse hat man so viele arzt jetzt belegen kann da kann man sich richtig so bereiche einstellen zum beispiel nur normal kreis sind so kampfart oder heute oder mit den analog stick und allein zum kreis kann man zauber machen oder heilungen da bin ich richtig genial gemacht ich habe schon immer drin grüßt wie könnte man denn noch mehr arzt belegen wenn die mass wenn die mal so was in ein neues tels auf spiel machen würden wir machen jetzt ja eiskalt und ich habe davon nichts bewusst bin ich richtig aber wenn ich am ende des parcs hier nicht immer noch draußen bin dann gehe ich auf screen heraus so kein ding ja ja verdammter dreck aber noch mal doch mal bloß dass ich euch nicht im nahkampf fertig machen kann mit riesen sowas von aufsteigen beim typo beide aushält bei ganz locker tragen kann so wieder was neues reinballern berg alt nein gut so ganz jetzt so viel tp ja so kann ich mit ich kann auch dämonenkaos einsetzen warum können wir nicht einsetzen irgendwie schafft ich jetzt nicht seine kleine aufzuladen ich sage ich gehe auf screen hier raus möchte jetzt nicht in den nächsten 30 sekunden schaffe doch da trau ich locker da kommen diese bald sich das wieder hat na gut dann würde ich sagen wir sehen uns dann am nächsten part in der ronde ich bedanke mich fürs zuschauen und tschüss